Willkommen zu Focus News. Liebe Zuschauende, herzlich willkommen zur 150. News-Sendung. In der Schweiz wurde im Tessin zum ersten Mal ein blinder SP-Politiker in den Regierungsrat gewählt. Manuele Bertolli ist 49 Jahre alt und schon seit zwölf Jahren im Tessiner Grossrat. Seit sieben Jahren präsidiert er die SP-Sektion Tessin. Er arbeitet seit 2002 als Direktor beim Tessiner Blindenverband UNITAS. Manuele Bertolli hat eine Familie mit zwei Kindern. In seiner Kindheit erlitt er eine Netzhautentzündung und erblindete. Bis vor zehn Jahren konnte er seine Umgebung noch schemenhaft erkennen. Als junger Mann war er sogar in der Lage zu lesen. Technische Hilfsmittel wie Computersprachprogramme ermöglichen es ihm, Texte zu hören und zu bearbeiten. Briefe scannt er ein und lässt sie sich vom PC vorlesen. Der Staatsrat stellte sich zum ersten Mal die Frage, ob ein blinder Mann diese Aufgabe wirklich erfüllen kann. Manuele Bertolli hat aus diesem Grund auf seiner Internetseite einen kleinen Film veröffentlicht, der ihn in Alltagssituationen zeigt. Der Name der Homepage lautet wie sein Wahlkampfmotto «Sehen, um zu glauben». Vedere per credere.ch mit italienischem Text. Der Gehörlose Stanko Pavlitsa erarbeitete in seiner Filmausbildung mit anderen Studierenden zusammen das Projekt Travel Science. Es handelt sich dabei um ein Gebärdenlexikon, nicht im sprachwissenschaftlichen Sinne, sondern als Reiseführer. Für eine Reise in ein fremdes Land können in einem Reiseführer Informationen über dessen Kultur etc. gelesen werden. Und im Anhang gibt es oft ein kleines Wörterbuch mit Wörtern wie Stanko und sein Team übernahmen diese Idee für die Umsetzung mit internationalen Gebärden für Touristen aus der ganzen Welt, egal ob hörend oder gehörlos. Das Ziel ist, die Kommunikation in einem fremden Land mithilfe internationaler Gebärden zu ermöglichen. Die Arbeit des Filmteams ist nun abgeschlossen und die Homepage online. Die Studierenden meldeten ihre Arbeit am World Media Festival 2011 in Hamburg an. Letzte Woche wurde bestätigt, dass das Projekt Travel Science den Silver Award 2011 im Bereich E-Learning und Bildung gewann. Der Gehörlose Rico Müller, der ehemalige Mr. Gay Schweiz 2008 und Mr. Gay International 2009, zügelte nach der Mister-Wahl nach Berlin, um eine Künstler- und Fotografenkarriere zu machen. Er stand Modell für den bekannten Schweizer Fotografen Walter Pfeiffer, der sich durch die Zeitschriften ID und VOG einen Namen erlangte. Einer seiner grössten und letzten Höhepunkte war, als er bei Kurt Eschbachers Talkshow zu Gast war. Rico Müller musste anfänglich viele Nebenjobs machen, bis er von Jonathan Agassi ein Modelangebot bekam. Er arbeitete wieder als Fotograf, baute sich ein Netzwerk mit Modelagenturen, Fotografen und anderen auf. Rico meint, dass dieses Angebot in der Schweiz unmöglich wäre. Sein aktuelles Fotoprojekt heisst Sirenas Story. Im März 2011 wurde Rico vom Magazin Vanguardist zum Newcomer des Monats März 2011, das heisst zum März-Nachwuchskünstler gewählt. Die neuen Arbeiten sind auf seiner Homepage derrimus.com In München, Deutschland, gibt es ein Reisebüro für Gehörlose. Auf der Homepage devtravel.de können Online-Gruppenreisen mit Dolmetschen gebucht werden. Manuel Fakin, selber ein CODA, arbeitet seit langem selbstständig und besitzt ein eigenes Reisebüro für Hörende. Letztes Jahr eröffnete er in München das neue Reisebüro für Gehörlose. Im Februar reiste eine Gruppe Schweizer Gehörloser mit Devtravel und einem Gebärdensprach-Dolmetscher zwei Wochen durch Thailand. Die Schweizer sind begeistert. Auf dem deutschen Fernsehsender ARD wird jeden Dienstag die Serie In aller Freundschaft, kurz IAF, ausgestrahlt. Letzten Dienstag hiess die Sendung Täuschender Frieden. Einer jungen gehörlosen Frau wollte der Vater ein Zei operieren lassen, damit sie sprechen kann. Die Tochter wollte nur gebärden, wehrte sich gegen ein Zei, da sie gehörlos bleiben wollte. In den Filmausschnitten sprach der Vater oft schnell und seine Tochter konnte ihn nicht verstehen. Dies zeigt ein falsches Bild über Gehörlose. Die Frau ist selber hörend, spielt aber eine Gehörlose. Die Schauspielerin gebärdet nicht korrekt und Gehörlose merken sofort, dass sie keine Gehörlose ist. Es gibt doch genug talentierte Gehörlose, die diese Stelle besetzen könnten. Matthias Koch lancierte deshalb eine Petition und sammelte Unterschriften zu Handeln der ARD und der Verantwortlichen von IAF. Innerhalb zweier Tage wurden bereits 1090 Protestunterschriften gesammelt. Über den unten stehenden Link kann die IAF-Sendung nochmals angeschaut werden. Der indische Geschäftsmann Dhruv Lakra gründete 2009 die Postverteilungsfirma Miracle Couriers, übersetzt Wunderkuriere. Das Besondere an dieser Firma ist, dass fast alle Mitarbeitenden gehörlos sind. In Indien wurden Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen unterdrückt und entmutigt. Dhruv Lakra sagt, dass es in seinem Team keine Diskriminierung gibt. Die Firma sei kein Wohltätigkeitsverein, aber ein soziales Unternehmen. Als sein Vater aufgrund eines Unfalls nicht mehr gehen konnte, erlebte er die Schwierigkeiten, welche behinderte Menschen in Indien antreffen. Seine Idee, mit gehörlosen Menschen zu arbeiten, war nicht einfach umzusetzen, doch mittlerweile läuft das Geschäft gut. Die Mitarbeitenden machten in anderen Firmen oft schlimme Erfahrungen. Die Postverteilungsfirma Miracle Couriers bietet auch Weiterbildungen und Lese-Schreib-Workshops an. In Indien gibt es nicht wie in Europa oder in den USA eine steuerliche Vergünstigung für Firmen, die behinderte Menschen anstellen. Mit 70 Angestellten verteilt das Unternehmen mehr als 65'000 Sendungen pro Monat. Für diese Leistung erhielt die Firma bereits drei Auszeichnungen, unter anderem den Hellen Kellerpreis 2009. Das war's von Focus 5 News. Das Focus 5 Team wünscht euch schöne sonnige Ostern. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Vielen Dank.